Ich heiße Julia Roth. Ich habe ein kleines neues Projekt. Und zwar geht es uns darum, mehr Leute auf Pflanzenkohle aufmerksam zu machen. Der Hauptfokus ist dabei die Industrie. Wir möchten dafür eine Plattform bauen, die die möglichen Einsetzenden verbindet, mit denen die Pflanzenkohle anbieten. Unsere erste Pilotbranche ist die Bauindustrie, weil in einzelnen Studien gezeigt wurde, dass, wenn man Pflanzenkohle in Beton mischt, durchaus positive Resultate für Druckfestigkeit, für die Klimabilanz, aber auch andere Parameter herauskommen können. Es ist aber noch nicht ganz klar, welche Pflanzenkohle bioporisiert werden muss. Deswegen möchten wir jetzt ein Forschungsprojekt aufsetzen. Es hat mir richtig gut gefallen. Super coole Leute. Ich finde es total spannend, weil so viele unterschiedliche Leute aus verschiedenen Bereichen ja auch hier sind. Man merkt einfach, dass hier die Kompetenz zusammenkommt. Viele Neue, aber auch die da Lust haben, was zu machen. Ich finde, man merkt, dass sich wirklich was bewegt in der Branche.